Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Hunter Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Waterdrop Mini Adventskalender und der ist wirklich sehr mini. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Normalerweise kostet der 22,90 Euro, aber ich glaube, die meisten kaufen sich den für 10 Euro, also quasi im Bundle zusammen mit dem großen Adventskalender. Denn ich glaube nicht, dass er sich in irgendeiner Art und Weise groß rechnen wird. Da haben wir nicht den irre krassesten Wahnwert drin enthalten. Aber ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein und schauen, was wir hier an Sorten drin finden dürfen. Hoffentlich nicht allzu viele Doppelungen. Genau, und ja, sehr viele unterschiedliche Leckereien. Ich mag gerne die Waterdrops, ich mag es gerne, sie einfach in mein Wasserglas zu geben oder in einen großen Wasserkrog rein und dann immer wieder trinken. Einfach damit man ein bisschen mehr trinkt, also mehr Wasser trinkt und das finde ich immer sehr schön. Und ja, das freut mich halt einfach an diesem Produkt an und für sich. Und solltest du auch du übrigens Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega darüber freuen, dich auf meiner, nein, wenn du mich auf meiner, ja, kleinen, aber feinen Beauty-Reise begleiten würdest. Denn normalerweise ist das hier ein Beauty-Channel. Ja, genau, also ich würde den jetzt auch gar nicht so in den Hintergrund stellen, sondern ich kann den hier einfach mit euch zusammen öffnen. So schaut der aus und ja, ist halt für Waterdrop-Fans geeignet oder zum Dazubestellen bei dem Adventskalender. Ja, okay, also wir starten die wilde Reise und gehen hier mal am 1. Dezember los. Und hier drin enthalten, ach, wie süß, haben wir erstmal so einen kleinen Rentierkopf, das finde ich hübsch. Und das hier ist der Ice-Tee, hatte ich das nicht letztes Jahr auch schon, dass die Sorten nicht wirklich drauf standen? Ah, oder vorletztes Jahr? Das ist ja crazy. Ice-Tee Raspberry muss das sein, weil sonst, der ist ja nicht Pfirsichfarben, ne? Wir sagen jetzt einfach mal, das ist der Ice-Tee Raspberry. Raspberry. Okay, gucken wir mal, ob wir die Verwirrung jetzt ein bisschen entspannter angehen können. Also süß, dass die halt in den Kläppchen auch immer irgendwelche Bildchen drin haben. Das erinnert einen auch ein bisschen daran, was ja normalerweise Adventskalender waren. Also ich weiß noch, meine Oma hat mir das damals erzählt, die hatten auch Adventskalender, aber das waren halt Bildchen. Und zwar halt christliche Bildchen, die die dann halt quasi immer sehen konnten. Und da haben die sich echt drüber gefreut. Und das finde ich ziemlich schön, muss ich sagen. Am 2. Dezember habe ich hier den Waterdrop Focus drin enthalten und der ist auch relativ lecker, würde ich sagen. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Und hier haben wir auch was drin, was ich bei dem anderen vermisst habe, so ein Stück weit. Also da haben wir sehr fruchtige Geschichten drin gehabt. Hier haben wir nämlich den Micro Drink Cola. Das ist halt einfach mal was anderes und finde ich schön, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Den kenne ich nämlich so noch gar nicht. So, hier haben wir jetzt die Nummer 4. Und auch hier werfen wir mal einen Blick hinein, was wird hier wohl drin sein? Das ist der Micro Drink Raspberry. Der ist, glaube ich, auch mit irgendwelchen Vitaminen soll der sein. Keine Ahnung. Schmeckt bestimmt einfach super lecker. Dann haben wir den 5. Dezember, was ja einen Tag vor Nikolaus ist. Und irgendwie reißt man jedes Mal auch ein bisschen was vom Kläppchen mit ab, was ich sehr schade finde. Hier haben wir den Sky drin. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Der schmeckt sehr, wie soll ich das sagen, sehr blaufruchtig quasi. Also das ist jetzt nicht klassisch süß. Sehr erfrischend. So, das passt ganz gut. Dann gehen wir mal zu Nikolaus. Das ist ja der 6. Dezember. Oh, wir haben 25 Kläppchen drin. Das ist ja nice. Auf jeden Fall haben wir hier den Micro Light Berry. Auch der soll etwas Gesund Machendes mit dabei haben. Ich würde sagen, der wird bestimmt einfach lecker schmecken. Ist aber eine schöne Nummer 6, weil das ist ja auch eine spezielle Sorte von Waterdrop, die, glaube ich, auch ein bisschen teurer ist. Dann gehen wir mal weiter zum 7. Dezember, den wir hier finden. Und da haben wir was Lilanes drin. Das ist der Black Current Micro Drink. Also quasi, ach du meine Güte, Brombeere, glaube ich. Also bislang auch wirklich unterschiedliche Sorten, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Die Nummer 8 darf jetzt machen, das ist Kraft. Also alle, die immer mal wollten, dass ich auch mal Grenzkalender mit euch nicht so sehr geschnitten öffne. Hat hier sicherlich seine Freude. Ähm, Blackberry habe ich jetzt hier auch mit drin. Also Waterdrop Drink Cold. Also ganz normaler Waterdrop in dem Sinne. Ja, auch hier dann ähnliche. Was ist jetzt? Black Current oder Blackberry? Wobei, ist das eine Brombeere und das andere ist, äh, die Beere, deren Namen ich immer vergesse? Man weiß es nicht. Okay, ja, schöne Nummer 8. Die in der Nummer 9 dürfen wir uns auch über einen Micro Drink freuen. Und zwar ist es der Ice-Tee, äh, steht hier nicht drauf. Mensch, Leute. Lemon, Lemon, Lemon wird das sein. Klar, macht ja auch Sinn mit dem Grün, ne? Ja. Ja, nö. Alles gut. Dem geht's gut. Schön. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Also abwechslungsreich ist der Adventskalender von den Sorten ja schon, ne? Man muss halt wirklich nur drauf stehen. Ja, sie redet davon und hält hier Fokus in die Kamera. Den hatten wir ja eben schon. Ist aber ein leckerer. Und dann schauen wir mal, wie es in der ersten Schnapszeit zur Nummer 11 weitergeht. Hier scheinen wir nochmal Cola drin zu haben. Wiederholen die sich jetzt alle wieder? Naja. Ne, was bist du? Coconut Pineapple. Ach, die sind das. Das ist eine Limited Edition. Ich persönlich mag den Coconut Pineapple nicht ganz so gerne. Soll halt ein bisschen schmecken wie eine Pina Colada ohne Alkohol, ne? Halbzeit, beziehungsweise nicht ganz. Wir haben ja 25 Kläppchen. Da haben wir den Raspberry Micro Drink wieder drin enthalten. Den hatten wir ja eben auch schon mal. Das finde ich schön, dass er doppelt drin ist. Da freue ich mich auch drauf. Dann schauen wir mal. Halbzeit ist jetzt wirklich die Halbzeit, ne? Exakt der 13. Dezember. Da haben wir was Orangenes drin. Und zwar den Eistee. Peach. Hatten wir eben schon. Genau. Der ist jetzt zum zweiten Mal drin enthalten. Ne, ist er nicht. Ist er nicht. Zum ersten Mal. Genau. Ja, ein Klassiker. Erste Halbzeit gefällt mir gut. Also es ist abwechslungsreich. Nur zwei Sorten haben sich bislang wiederholt. Finde ich sehr, sehr nice. Muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ich denke eher so dran, dass ich 10 Euro dafür ausgegeben habe und nicht 22,90 Euro. Weil das wäre, glaube ich, echt ein bisschen happig. Schauen wir mal in den 14. Dezember. Da haben wir den Micro Drink mit Blackberry drin. Den hatten wir ja eben schon mal. Genau. Das ist jetzt hier mit am Start. Weiter geht die wilde Reise am 15. Dezember. Der sich hier versteckt. Und da haben wir drin, äh, Ice-Tee. Aber welchen? Den hatten wir eben schon mal. Du bist dein Raspberry. Ne? Himbeere. Himbeer-Ice-Tee. Sowas finde ich aber schon sehr charmant, muss ich gestehen. 16. Dezember ist hier oben. Da haben wir wieder den Blackcurrant als Micro Drink drin enthalten. Das ist einmal dieser hier. Das ist auch einer von den neueren Sorten, glaube ich, ne? Die sind ein bisschen anders da drauf gedruckt, dass man halt auch wirklich den Namen sieht. Das hast du bei diesen anderen ja manchmal nicht. Die Nummer 17, eine Woche vor Heiligabend, haben wir jetzt hier. Und da werden wir wach gemacht mit dem Cola. Das macht auf jeden Fall Sinn, Leute. Ich sag's euch. Der 18. Dezember begrüßt uns in der Weihnachtswoche und befindet sich an dieser Seite. Hier haben wir nochmal den Sky drin enthalten. Genau. Also den sehr erfrischenden Micro Drink. Als nächstes kommen wir zum 19. Dezember. Und hier dürfen wir uns, glaube ich, ne, nicht nochmal fokussieren. Da haben wir den Eistee drin und das dürfte dann auch nochmal der Limette sein, den wir jetzt als Doppelung am Start haben. Herzlich Willkommen im 20. Bereich. Am 20. Dezember dürfen wir uns fokussieren. Genau. Denn es geht steil Richtung Heiligabend. Da müssen wir drauf fokussiert sein. Und das sogar zum dritten Mal bei diesem Adventskalender. Am 21. Dezember enthält dieser Adventskalender den, oh ja, den Micro Light in Berry. Ne? Da wird das Ganze hier etwas bäriger gestaltet. Und dann gehen wir zum 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl. Da haben wir auch eine Drittlung, nennt man das so, ein Triple, von dem Raspberry Micro Drink mit drin enthalten. Da freue ich mich aber drüber. Also das ist halt echt so eine Sorte, auf die ich mich wirklich freue, weil ich die dann noch nicht so intensiv ausprobiert habe. Einen Tag vor Heiligabend haben wir den 23. Dezember und hier werden wir nochmal nicht wach gemacht. Das ist wieder der Coconut Pineapple, der Pinaculada. Der verwirrt mich nämlich so. Äh, der Cola muss nämlich auch da hinten hin, Claudi. Ja, ich sortiere das hier gerade auf meinem Tisch. Manchmal hat die Frauen rappel. Äh, Heiligabend, der 24. Dezember enthält leider, leider halt jetzt nicht irgendwie, das hätte ich ja nice gefunden, wenn die am 24. und 25. irgendwie noch was anderes reingemacht hätten. Ne? Blackcurrant haben wir hier drin enthalten. Und am 25. Dezember, schade ja, auch Eistee, ne? Eistee Peach, ja, ist ein Klassiker, ist jetzt hier dann auch mit drin. Es ist ein schöner Adventskalender, wenn man halt diese Micro Drinks so oder so trinken würde und sich irgendwie als Gag oder so sagt, Mensch, komm, den stelle ich mir eben ins Büro und dann kann ich jeden Tag ein Kläppchen öffnen. Yay, yay, ne? So nach dem Motto. Aber das ist jetzt nichts, wo du ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis hast oder so. Also seien wir mal ehrlich und krass aussehen tut er am Ende des Advents halt auch nicht. Es ist halt wie so ein Schoko-Adventskalender, nur halt mit Micro Drinks und ein bisschen teurer als ein Schoko-Adventskalender. Wobei die von Lindt auch gar nicht so günstig sind. Aber wenn ich dafür 22,90 Euro bezahlt habe, wäre ich echt enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Also ich hoffe, dass keiner sich für den Preis so holt, weil das wäre ein bisschen heftig. Dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Kurz und knackig, Leute, wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.